Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Creek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Der Weltmeister Magnus Carlsen und der amerikanische Großmeister Wesley So stehen im Finale des FTX Crypto Cup. Und im folgenden Video schauen wir uns die Highlights des ersten Tages an. Vorab, wer hat diesen Kanal noch nicht abonniert von euch? Ich vermute mal nicht so viele, weil die meisten sind ja Stammzuschauer, oder? Würde mich mal interessieren, für alle diejenigen, die es noch nicht getan haben, gerne abonnieren. Road to 100k. Es fehlen nicht mehr viele und ich habe die 100.000 voll hier auf diesem Kanal. Das ist natürlich ein ganz spezieller Moment sein und gerne abonnieren den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Am besten mit einem Klick auf die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, sobald hier etwas erscheint. So und jetzt hier zu den Highlights. Wir schauen uns an die Partie 1 und die Partie 3, in denen Wesley Sohm mit Weiß gespielt hat. Wir haben natürlich Schnellschach hier vor der Brust, 15 Minuten plus 10 Sekunden Zeitgutschrift für die ganze Partie. So beginnt mit E4. E5, Springer F3, Springer C6, Läufer C4, Läufer C5, italienische Partie. C3, der Klassiker. Weiß bereitet D4 vor. Springer F6, greift den E4 an. Hier hatte ich vor ein paar Tagen ein Video analysiert, wo Magnus Carlsen mit Weiß gegen Hikaru Nakamura spielte. Er setzte mit D3 fort, das ist der Hauptzug. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. War ein super Angriff von Magnus Carlsen. Wesley wählt aber hier D4. Darauf spielt man eh schlicht D4, man nimmt diesen Bauern raus. Und hier spielt Wesley Sohm E5. Das ist hier unter Profis der Zug, den man spielt, wenn man sich auf diese Variante einlässt mit C3, D4. Rojade führt zum italienischen Killerangriff. Das wissen natürlich alle Fans von TBG. Da habe ich mal ein Video gemacht vor 2020 irgendwann. Das Video hat weit über 100.000 Klicks und das haben wir in unserer Community sehr, sehr häufig gespielt. Auch ich in meinen Streams. Könnt ihr euch gerne anschauen. Aber auf Profi-Niveau wird das nicht gespielt. Auf Profi-Niveau spielen alle E5 hier oder fast alle. E5 greift den Springer an und hier ist es ganz wichtig, den Springer nicht zurück nach G8 zu ziehen, sondern mit dem Gegenangriff im Zentrum zu reagieren. D5 greift den Läufer. So, jetzt nehmen wir nicht auf F6, sondern spielen Läufer B5. Wir wollen den Läufer behalten. Springer E4. C schlicht D4. Weiß bekommt seinen Bauern zurück. Der Läufer muss zurück. Läufer B6. Springer C3. Entwicklung. Rojade. Läufer E3. Läufer G4. Alles Entwicklungszüge. Alles nach bekannten Vorbildern. Und hier wählte jetzt Wesley in der ersten Partie Dame C2. Greift den Springer auf E4 an. Man könnte jetzt auf F3 nehmen hier. Aber Schwarz verzichtet darauf und spielt Läufer F5. Das ist der andere Zug, der hier gespielt wird. Das ist eine Variante, die ich schon ziemlich weit erforscht. Insgesamt. Und es gibt da sehr viele Partien. Dame B3. So, es droht natürlich hier so ein Abzug. Springer G3. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Mit Angriff hier auf die beiden Figuren. Deswegen spielt Weiß Dame B3. Greift den D5 an. Springer E7. Geht zurück. Rojan. C6. Der Läufer muss zurück. Läufer E2. Alles bis hierhin Standard. Insbesondere in dieser Variante. Vermutlich ist der beste Zug hier F6. Das weiße Zentrum attackieren. Aber Carlsen spielte Turm B8. Deckt hier den Bauern B7. Weil er hatte so ein bisschen Befürchtungen vor Springer A4. Nach F6. Vermute ich mal. Und dann wollte er den Läufer wohl nicht zurückziehen, weil der Bauer B7 hängt. Das ist alles überhaupt nicht so klar. Der Computer sagt, das kann man spielen mit Schwarz. Aber in einer Schnellschachpartie hier schwierig zu sehen. Auch für Carlsen. Er spielte Turm B8. Jetzt kommt hier Springer A4. Wenn man die Springer an den Rand zieht, dann greift man häufig die Läufer an. Er hätte auch Springer H4 spielen können. Übrigens hier Wesley so. Aber er optierte für Springer A4. Läufer C7 zurück. Und jetzt Springer H4. Ihr seht, die Springer gehen an den Rand, greifen aber die Läufer an. Hier greift Magnus Carlsen direkt das weiße Zentrum an mit F6. Er will gar nicht den Läufer zurückziehen. Interessanter Zug jetzt von Wesley. Läufer F3. Sehr konkret. Er möchte hier die Fesselung des Bauern D5 ausnutzen. Und zuerst auf F5 und dann auf E4 schlagen, den Springer. Zum Beispiel nach F schlicht E5. D schlicht E5. Läufer schlicht E5. Würde Springer schlicht E5 kommen. Springer schlicht E5 und Läufer E4. Und Weiß würde eine Figur gewinnen, weil der D-Bauer hier gefesselt ist. Das war die Idee von Läufer F3 hier. Schwarz spielt B5, greift den Springer erstmal an. Der muss zurück. Schwarz nimmt den Springer auf C3. Und jetzt folgt eine Reihe von Zwischenzügen hier. Anstatt den Springer wiederzunehmen, nimmt Weiß erstmal auf F6 und greift den Springer auf E7 an. Anstatt jetzt den Bauern auf F6 zu nehmen, spielt Schwarz Läufer E4. Ein weiterer Zwischenzug. Sehr interessant. Jetzt kommt B schlicht C3. Wir schauen kurz, was auf F schlicht E7 geschieht. Dann kommt Dame schlicht E7 und Schwarz greift den Springer auf H4 an. Und damit rettet er die Figur. Stattdessen geschah hier nach Läufer E4 B schlicht C3. Dame D6. Wieder ein Zwischenzug. Droht matt auf H2 und zwingt den Weißen hier zu G3. Der Bauer auf F6 überlebt immer noch. Schwarz nimmt erstmal auf F3. Also wirklich sehr, sehr viele Zwischenzüge. Unglaublich. Die Idee ist natürlich, wenn Weiß hier auf E7 nimmt, dann nimmt die Dame wieder und der Läufer ist gedeckt. Stattdessen kam Läufer F4. Wieder ein Zwischenzug. Unglaublich. Das ist eine Zwischenzugparade Deluxe. Sequenz muss man sagen. Dame schlicht F6. Läufer schlicht C7. Turm B7. Läufer wieder zurück. Greift die Dame an. Die geht zurück. Springer schlicht F3. Dame schlicht F3. So. Das ganze Spektakel findet endlich mal ein Ende. Unglaublich. Das war jetzt eine Sequenz von 6, 7 Zügen irgendwie. 6, 7 Zwischenzügen. Unfassbar. Habe ich selten gesehen. Allerdings letztendlich wurde viel getauscht. Kein Vorteil für den einen oder anderen. Und Weiß musste jetzt hier einen vernünftigen Plan fassen. Strukturell muss Weiß ein bisschen aufpassen. Er hat hier weißfelderige Schwächen. Und alles steht auf Schwarz hier. Auch der Läufer ist schwarzfelderig. Das heißt, die weißen Felder sind problematisch. Was ins Auge fällt, ist hier dieser Angriff mit der 5H4 hier. Und hier musste Weiß wirklich Vorsicht walten lassen. Zum Beispiel mit Turm AE1 den Turm ins Zentrum bringen. Oder A4 von mir aus den Bauern B5 konkret angreifen. Stattdessen wählte hier der amerikanische Spitzengroßmeister den falschen Plan mit Dame B4. Schwarz konzentriert jetzt seine Kräfte auf dem Königsflügel. Hier hätte laut Engine der Weiße immer noch die Dame zurückziehen müssen. Aber klar, er hatte jetzt den Plan gefasst und ging auf den C-Bauern los hier. Greift den C6 an. Aber jetzt kommt der schwarze Turm von B7 nach F7. Und plötzlich hat Schwarz alle Figuren hier am Königsflügel versammelt. Es droht hier schon sehr stark Springer E3. Schauen wir mal. Wenn Weiß hier den Bauern auf D5 nimmt, kommt Springer E3. Es droht Matt auf G2. F schlicht E3 verliert aber auch wegen Dame schlicht E3. Schach, König G2. Und jetzt Dame E2 Schach. Ganz simpel. Verliert ja einen Turm. Beziehungsweise verliert den ganzen Turm hier. Oder zack, zack, zack. Es droht auch Matt. Ne, Qualität ist es, aber es droht auch Matt. Er kann aber auf F1 nehmen gleich. Na, anywhere gewinnt Material. Weiß spielt Turm AE1. Logisch. Deck das Feld E3. Und jetzt kommt der typische Plan hier. Angriffsmarke auf G3, ne, bei dieser Struktur. Einfach den H-Bauern laufen lassen. H5. Wir wollen die Struktur attackieren oder den Bauern bis nach H3 laufen lassen, um auf G2 Matt zu gehen. Weiß ist hier, ähm, verloren. Hab keine Verteidigung mehr. H4 verliert wegen Springer schlicht H4. G schlicht H4. Dame G4 Schach. Und jetzt sehr sehr sehenswert. Der Läufer, wenn er dazwischen geht. Ist der beste Zug. Kommt. Turm schlicht F2. Und alles fällt auseinander. Turm schlicht F2. Dame schlicht G3 Schach. Turm G2. Dame schlicht E1 Schach. König H2. Und jetzt Turm F4. Und es wird bald Matt hier auf H4. Stattdessen probiert es so. H3 statt H4. Trotzdem kommt H4. Greift den G3 an. Und weiß und schwarz gewinnt immer sehenswert. Egal was weiß macht. Wenn weiß G4 macht, dann kommt Springer G3. Es droht Matt auf H1. Und ja, F schlicht G3. Gewinnt schön wegen Dame schlicht F1 Schach. Schach hier. Und dann Matt hier auf der zweiten Reihe. Der König kann nirgendwo mehr hin. Gehen wir zurück. Nach H4 spielte so Dame schlicht C6. Er nahm den Bauern raus. Und jetzt sehr, sehr stark. Nicht H schlicht G3. Wegen F schlicht G3. Und die Dame ist angegriffen. Sondern Springer schlicht G3. Bombenzug. Es droht wieder Matt auf H1. Was auf F schlicht G3 passiert, habe ich euch gerade gezeigt. Dann nimmt die Dame auf F1 und es wird Matt. Läufer schlicht G3 kam in der Partie. H schlicht G3. Weiß darf den Bauern auf G3 nicht nehmen. Immer wegen Dame F1 und so weiter Matt. Carlsen probierte noch Turm E8 hier ihren Turm zu tauschen. Aber Wesley Soh blieb. Magnus Carlsen blieb cool. Und spielte G2. Habe ich jetzt die Namen die ganze Zeit verwechselt? Ich hoffe nicht. Wesley Soh spielt mit Weiß. Magnus Carlsen mit Schwarz natürlich. Und Carlsen spielte jetzt G2. Greift den Turm an. Und weiß gab hier auf. Warum? Ganz einfach. Nach Turm schlicht F8 zum Beispiel. Turm schlicht F8. Ja, wenn der Turm wegzieht, wo soll er hin? Sagen wir mal, er geht ganz weit weg. Dann kommt Dame schlicht F2 Schach. König A2 und dann G1. Mattel. Schachmatt, ne? So, wir gehen mal zurück an den Anfang. Die zweite Partie am ersten Finaltag endete Remi. Ganz schnell. Und in der dritten Partie hatte Wesley Soh wieder Weiß. Und er spielte die gleiche Eröffnung. Die gleiche Variante. So, deswegen mache ich das jetzt hier mal schnell. Gleiche Variante. Also die wiederholen die Variante bis hier hin. So, und jetzt weicht Wesley Soh ab. In der ersten Partie, die wir gerade gesehen haben, spielte er Dame C2. Hier aber wählte er H3. Greift erst mal den Läufer. Ihr seht also diese Vorbereitung, diese Varianten, die diese Großmeister spielen, die gehen sehr, sehr tief. Und dann zweigen sie irgendwo auch mal ab. Und die Leute und die Jungs wiederholen die Sachen auch mal untereinander. Zum Beispiel, also hier spielte Carlsen Läufer H5. Er geht zurück. Und diese Stellung hatten die beiden schon vor drei Monaten auf dem Brett beim Opera Euro Rapid. Auch Teil der Meltwater Chess Tour im Februar dieses Jahres. Dort spielte Wesley Soh damit C2. Und gewann die Partie. Jetzt wich er ab mit Turm C1. So, Carlsen spielte jetzt hier Läufer A5 in der dritten Partie. Rochade, Läufer schlicht C3, B schlicht C3. Springer A5. So, er wählt aber einen Plan, der wahrscheinlich nicht vollwertig ist. Er stellt hier den Springer an den Rand und liebt euch mit sowas wie C6 vermute ich mal. B5 und dann Springer C4 irgendwann. Aber dazu kommt er erstmal nicht. Denn jetzt legt Wesley Soh auf der anderen Seite los. Er spielt G4 sehr stark. Greift den Läufer an. Läufer G6. Und jetzt ganz stark Springer E1. Es droht hier so ein bisschen F3. Und dann müssen wir den Springer irgendwie unglücklich zurückziehen. Beziehungsweise Weiß möchte jetzt hier diese Bauernmehrheit, die hat, auf der Seite, diese 4 gegen diese 3, natürlich pushen. Er möchte die Bauern nach vorne schieben und die Mehrheit ausnutzen. Schwarz spielt F6 hier. Greift den Bauern E5 an. Jetzt kommt er bei F3. Greift den Springer an. Anstatt den Springer jetzt zurückzuziehen, spielt Carlsen C6. Greift den Läufer an hier. Was wäre passiert nach Springer G5? Dann hätten wir F4 gemacht. Springer E4, F5, Läufer E8. Und jetzt Läufer D3. Und Weiß hat einen riesigen Raumvorteil. Guckt euch mal diese Bauernphalanx an hier. Die stehen natürlich extrem weit vorne und schnüren Schwarz komplett ein. Okay, zurück zur Partie. C6. Läufer D3 zurück. So, jetzt muss Schwarz den Springer zurückziehen. Springer G5. Jetzt kommt aber Läufer schlicht G6, H schlicht G6. Läufer schlicht G5, F schlicht G5. Und schaut euch das mal hier an. Ein Trippelbauer sieht man ganz selten auf so einem Niveau. Und der Trippelbauer ist natürlich ultraschwach. Die Bauern, die stehen einfach nur in einer Reihe und können sich überhaupt nicht bewegen. Dame E3 greift den Bauern G6 an. Und anstatt jetzt diesen Bauern zu decken, dachte Carlsen, er muss endlich mal den Springer, der hier so schlecht steht, ins Zentrum führen. Springer C4. Er opferte einfach den Bauern hier auf G6. Dame E7. Und jetzt ist es schön zu sehen, wie Wesley so seine Figuren umgruppieren wird, um hier am Königsflügel durchzubrechen. Turm F2 erstmal. C5. Schwarz versucht hier Gegenspiel zu kreieren. Springer G2. Der Springer wird wieder besser postiert. Turm AC8. Turm CF1. Verdoppelung der Türme auf der F-Linie. CD4, CD4. Turm C6. Greift hier die Dame an. Die muss zurück. Turm A6. Schwarz versucht hier seine Figuren bestmöglich zu aktivieren. Attackiert hier diesen Bauern beziehungsweise guckt nach A3, um die Dame anzugreifen. Wesley so bleibt eiskalt. Er spielt F4. Angriffsmarke. Er möchte die F-Linie öffnen und am Königsflügel durchbrechen. Turm A3. Dame G6. Turm schlicht H3. Schwarz hat jetzt hier einen Bauern zurückgewonnen. Aber Wesley so hat er da super gerechnet. Er spielt F5 und lässt jetzt einfach den Bauern einfach rollen. Diese Bauern hier sind natürlich viel zu stark hier. Die sind viel zu weit vorn. König A8. F6. G schlicht F6. E schlicht F6. Dame H7. Droht hier matt auf H1 Magnus. Aber wie gewinnt hier weiß. Ganz einfach. Einmal könnt ihr nochmal selbst nachdenken. Wie gewinnt hier weiß. Durch ganz simplen Zug. Durch eine ganz simple Abwicklung tauscht er ab und gewinnt Material. Und zwar mit Kandidatenzug. Schach hier. Dame G7. Schach. Schwarz muss nehmen. Gut, Schwarz gab auf. Weil die Jungs rechnen das. Dame schlicht G7. F schlicht G7. Schach. König G7. Und dann Turm schlicht F8. Und weiß hätte einen Turm gewonnen. Auf diesem Niveau macht das Spielen mit Weiterspielen wenig Sinn. Ja. Vierte Partie endete dann ganz schnell Remi. Das heißt, es steht 1-1. Also das erste Match ging 2-2 aus. Erster Finaltag. Alles noch unentschieden. Am zweiten Finaltag geht es dann weiter am Montag. Und ja, wenn es dann immer noch unentschieden steht, wenn die da 2-2 spielen, dann gibt es noch einen Tiebreak und eventuell noch eine Armageddon-Partie. Ich werde natürlich berichten und euch hier mitteilen, wer denn FTX Krypto Cup letztendlich dann gewonnen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder. Macht's gut.